Hallo und herzlich willkommen zurück zu Minecraft Adventure Map, ne Tom? Ne, ne, sacht los. Also willkommen, willkommen zurück zu Pace Hour. Ja, wir haben halt Pace Hour. Jetzt haben wir ja dieses komische Labyrinth hier. Ich habe ein Buch gefunden, Betty Trolls. Fun fact, when I was building this level, after I put all of the comment blocks in to teleport you back to the start, beds kept setting off the pressure plates and teleporting me back. So to fix this is I had to go back and put it in a radius command so that it would stop Teleporting me while I was building to rest of this level and even some of the next level as well. So, hier geht's wieder raus, okay. Need a lift. Halte. Wie schön da runtergefallen. Ich glaube, man muss oben bleiben, oder? Ich bin mir da noch nicht so sicher. Hallo? Boah, ist das dunkel. Boah, Alter. Jump down. Das muss ich jetzt nicht verstehen, ne? Oh, hier geht's auch noch weiter. Hallo Tim! Boost! Boost! Lolleck. Alter, das ist so ätzend. Ne, tut mir leid. Schau, dass ihr hier wahrscheinlich gar nichts sehen werdet. Aber es ist so von der Map vorgesehen, weil ich sehe auch nichts. Hä, warum muss man hier, Tim, was hast du gemacht, wo da steht, jump down? Tim? Ich bin da runter gesprungen. Ich bin da runter gesprungen. Ist es richtig? Nein. Okay. Oh, Jun, ich kann das überhaupt nicht regulieren. Schon wieder jump down? Fragezeichen. Hallo. Tim, hör auf! Nicht rollen! Nicht rollen! Ich wollte dir nur Hallo sagen. Boah, wahrscheinlich ist der einzige Weg, den ich noch nicht gegangen bin. Das ist wahrscheinlich der Richtige. Wann wollte ich am Anfang gehen? Boah, hübschelangsam aber da unten die Orientierung raus. Ich fahr noch nie so oft da unten. Hä? Wo muss ich denn jetzt hin? Ach, da. Ich dachte, das wär ne Wand. Hä? Hä? Geschafft! Hey, ist wieder jump down! Ja, du musst ja immer runterspringen. Oh, Tom hat den richtig reichen fallen. Na dann können wir ja weitermachen. Ah, Tim, ich glaub, die sehen echt... Echt nix, oder? Ja. Da ist ne Gäste! Ich kann auch nix dafür. Ah, hier ist ein Level-Liefer. Level. Kann ich grad sagen. Ey, das wär aber mega assi, wenn in irgendeinem der Öfen noch ein Kopf drin ist, ne? Fragt man sich, wie soll man den finden? Ich glaube auch tatsächlich, dass nur ein Kisten drin sind. Ich hoffe, um ehrlich zu sein. Da muss man hin. Da muss man hin. Da muss man hin. Aber wie komm ich denn bitte schon? Ich komm doch nicht von da nach da. Tom ist grad so schlecht, die Treppen hochzukommen. Hm. Hä? Wo springst du denn in meinen Augen? Ich versuche grad einen neuen Weg. Ich versuche grad einen neuen Weg. Ich versuche... Das ist meine. Mein Schatz. Nein! R. Verdammt! Links. Hä? Rechts. Links. Links. R. L. Links. 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 Boah, Torben. Ey. Kannst du dich nicht mal aufführen zu nerven? Hä, was mach ich denn? Du läufst mir die ganze Zeit voll in die Fresse, ne? Boah, halt nicht. Hast du es geschafft? Ja. Ich mach die Challenge. Boah, weiter. Das. Ich hab's geschafft. R, R. Oder? Ja, R. Ah ja, und solche Challenges sind voll nervig, weil... L. Weil man immer nur... Das ist einfach nur so, was wir zur Zeit herauszuhören. Das ist überhaupt nicht... Das ist eine coole Challenge gewesen. Okay, wo sie jetzt sind? Wieder rechts, glaub ich. Der ist nochmal links, ne? Mann! Jetzt zuerst links! Rechts! Links, links! Ja, Torben, labern nicht, ne? Zuerst links allein schon. Also rechts, das war zuerst, aber egal. Nein, links ganz unten auf dem Boden, du Schlaumeier. Ja, toll, jetzt weiß ich nicht mehr, es kann sie selber machen, da. Ich war nach dem Doppel-L. Voll fast. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Mach's silber. L, jetzt kommt nochmal mal R. R. Und R. Jetzt kommt L. Und jetzt kommt R. Das letzte ist übrigens ein R. Und jetzt kommt nochmal R. Viel Spaß. Jawohl! Thanks for playing. Ja, haben wir. Congratulations. Thank you for playing the first ever Minecraft. I had a lot of fun creating it and I hope you had a lot of fun playing it. This map took me about two weeks worth of work to finish. I built about one level per day. If you enjoyed this map, please leave a comment on the forum saying what you liked about it as well as any bugs you might have found. And to any YouTubers be free to post a link to your video of your playthrough. Playful. Self-plug. YouTube.com slash Meteor Freak Central. Hä, hast du irgendwie die Diers nicht weggesprengt? Und jetzt kommt noch die Auflösung, wie viele hast du? Oh, nicht. 29. Ich hab 42. Ich hab so nicht er korkig gemacht, wie ihr geschiedelt habt. Ich hab mir überhaupt nicht geschiedelt. Gut, das war's. Bis dann und ciao! Das battle. Tschüss. Tschüss! 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 Oh, Tom ist auch runtergefallen. Ach! Nur so schlecht! Ach nee! Ja, weil ich irgendwie nicht gesprintet bin, glaube ich. Oh, oh, nee! Das ist jetzt nicht euer Ernst. Ah, der Raum ist schon sehr gestylt, muss man ehrlich sagen. Ich finde ihn sogar echt schön. Hä? Aber wo ist denn das Ziel? Ach, da. Hab's geschafft. That looked like it was a pain in the blocks. Minecarts galore. Oh, nein! 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 Das ist ein zweiter Mann. Das ist mein Schiff, das ist aber nicht voll. Also, das ist nicht so schwer. Ich gehe mir kurz töten, um den Knopf anzubringen. Denk dran bei den 8, ne? Ja. Aber ich habe auch noch einen Knopf im Inventar. Wuuuh! Bhhhh! Maaaaaaannnn! Ich sollte hier mal nicht so viel rumschreien, aber... Mach discount. Huuuuuull, before the while we stop. Die könnte man aber wirklich Blöcke drinnen verstecken. Ich wollte mal erwähnt haben, das das hier wenigstens ein Level ist. ich meine diese Map allgemein hat wenigstens ein bisschen mehr Folgen äh Maps davor ich halte dieser Raum ne Decke besteht aus Kroftin Boxen heute kommen in den Tag gelöscht ich meine ich hätte die 34 Köpfe ja Lohi Kroppin Gäste ist in den Tag gelöscht so richtig behindert Eisenrüstung wo ich nicht geschafft und die Tierrüstung mit jeweils anwälsigen 3 und FireProtection 3 Wird look like it was a pain in the blocks Mein Karte ist verloren ich hier schon gerade vorgelesen aber das ist gut dass du es noch mal tust äh lol, das ist nur noch eine weitergefahren Böse fahre ich von alleine weiter, hä? Hä? Ich glaube das ist kaputt, oder? Warte mal, wieso kann man nicht? Hä? Hä? Ich glaube das ist kaputt, oder? Deswegen bin ich von alleine weggefahren Jetzt geht's Das tun sie irgendwie alle Was ist denn nicht in ernst? Tim! Wie scheiße ist das denn gemacht? Ah, hab's geschafft! Hä? Weißt du das nicht, Boltz? So? Hä? Was ist denn mit den Minecarts los? Was ist denn mit den Minecarts los? Die packen ja voll rum Hä? Ja, ja, ja Hä? So! So richtig hart rum Jetzt kannst du hier rauftürmen Ich hab da jetzt einen Kreisver- einen Kreisverkehr gemacht Hä? Hä? Da kommt man auch wieder nicht mehr hin Was ist das denn für ein Müll? Wollen sie nicht als schlecht bewertet durchgehen lassen? Als schlecht gemacht? Gemacht Weiß ich nicht Hä? Aber warum fahren die denn weg? Was ist das denn für ein Müll? Äh Ja, okay doch Jetzt geht's aber Dank meinen Kreisverkehren Hm Wie man einfach runterfällt Wie man auch immer unten abgeworfen wird Hä? Hast du mich ver- Äh Hallo? Warum? Warte Ich baue es einfach an Nein, man kann es ja nicht mehr abbauen Ähm Äh Ich sag nicht zu der Challenge Tim Warte Wir machen jetzt die Challenge Tim Challenge Uh Uh Aber die ist wirklich irgendwie total Von wie oft wir das machen sollen Die ist total verpackt glaube ich Von das Meinker kann doch da einfach runterfahren Oder? Das hier? Von wo müssen wir denn hin? Da hier ist der wo- der wrong way Achso wir müssen auf die andere Seite hin Jetzt sind wir auch noch auf die andere Seite geh müssen Boah, verstehen wir Hör auf, wrong- äh, wrong way Froon wrong wrong Hä? Hä? Da hinten müssen wir hin Hä, das funktioniert ja sogar Wo? Nein doch nicht Ich werde nur raufgesprungen Also wir müssen dann wohl hier hin und hier, aber es geht auch nicht. Und dann bin ich jetzt hier oben. Ich stecke hier ein. Und dann werde ich aus der Map gebackt. Gut. Gut. Sehr toll, Tom, ich brauche mal einen Jump Boost. Nee, ich überspringe jetzt die Tritt. Ich meine, die ist sowieso total verbackt. Ja, könnt ihr wissen, die ist richtig angebackt. Also ich habe die ganz ehrlich auch nicht verstanden. Oh, wir haben noch Jump Boost. Oh, jetzt nicht mehr. The final voyage. Say what? Alter, Alter. Was ist das hier? Slash kill. One moves forward. Schuss wisely, one moves back up. Äh, back. Was? Hä? Oh, das ist nicht einfach so ein Scheiß. Aber drin. Oh. Ey, so ein Druckblattenteil auch. Hm, und da kommen wir. Da kommen wir nicht rauf. Da können wir auch nicht rauf. Und da kommen wir auch nicht rauf. Choose wisely. Wisely. Oh, ich gehe jetzt hier drauf wieder. Oh ja. Jetzt gehe ich wieder auf den hinteren. Ja. Ja. Hä? Aber wo muss man denn hier hin, wenn man zuerst geportet wurde? Ach, hier. Ich mache das für mich. Ich mache das für mich. Ich mache das für mich. Oh. Der hier war es. Okay. Nein. Boah, Tom. Nervt doch nicht. Hä? Ich mach's auch. Ich mach nur die Challenge. Oh Mann, ich hasse das! Mann, dass man da immer so runterfällt. Oh, jetzt kommt diese Entscheidung. Also eigentlich müsst ihr ja wenn ihr noch System gemacht habt. Also... L... Dann hier... Dann auch L... Dann R... Übrigens wenn ich weiß, L links, R rechts. Woll ich nochmal klarstellen. Was hast du da? Für die Zuschauer? Achso. Boah. Diese Leitern hätte sich auch echt sparen können. R... R... L... R... L... R... L... Jetzt R. ja oder wollte ich doch gar nicht drauf rr